Hallöchen, ihr bei Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Happy, so, ich bin hier schon mal ein bisschen dabei gewesen von der LVRI, so, die Teile zu bauen, anzufangen auf jeden Fall, weil man braucht ja auch 27 Blöcke dafür Ergo heißt, das dauert ein bisschen und ich habe gerade mal 12, also 27 mal 8 sind ziemlich viel, aber ich habe ein bisschen geeidelt gehabt und ich habe, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Elektrom- und Inva-Dingen fertig Nämlich da, so, wir kriegen beides nochmal dabei Ähm, brauche ich jetzt aber gerade nicht, weil ich nicht, gerade nicht weiß, wofür wir die brauchen könnten Deswegen packen wir sie erstmal weg Ähm, so wie ist schwarz Und fertig und Light Blue habe ich gemacht Ähm, da müssen wir jetzt nur noch einmal durchjagen Natürlich, damit wir schwarz und blau kriegen Ähm, Light Blue, äh, Hellblau Auch genannt Natürlich So, dann machen wir mal ein Stick Da rein, das reicht So, ansonsten haben wir noch Lapis Aber Lapis ist leider noch nicht fertig Da brauchen wir 16 von Kohle Haben wir auch noch nicht ganz Doch, haben wir wohl Kohle ist auch fertig So, Claim Rewards So, und dann kommt als nächstes hier Lurium Und dann kommt auch Diamant und Big Reactor und sowas alles Ich hatte noch eine nächste, noch eine Apiary gebaut Sogar, mit den ganzen Ressourcen, die wir hier so haben Ich habe da jetzt noch eine Kupf rum reingetan Weil wir viel Kupfer brauchen dafür Habe ich mal festgestellt Und wir brauchen auf jeden Fall mächtig viel Holz noch Und ich bin da mal überlegen, ob wir den Harvester angehen sollen Obwohl ich nicht weiß, ob wir den nicht vielleicht als Quest kriegen Obwohl wir den dann auch immer noch abgeben können Das Problem ist nur, wir brauchen einen Harvester und einen Planter Ich hatte eigentlich gedacht, hier ist vielleicht Progressive Automation drauf Aber ist es leider nicht Dann wäre ein bisschen leichter gewesen Das zu machen Wir brauchen vor allen Dingen auch viel Seeds Für Seed Oil Aber gut Dann kriegen wir schon alles hin So, da haben wir doch eigentlich mal den Den Zeppelin, den ich wollte Für den neuen Baum hier Dankeschön So Haben wir jetzt mal eine Milch rein Zwei So Ähm Ja Da haben wir auch schon einige Und ich habe mal gesehen, wir brauchen acht Von den Dingern So, du kannst rauskommen Die brauchen wir gerade nicht Mehr Weil die haben wir fertig Ähm Soul Camp Okay Schwatt kann da rein Carbon kann auch erstmal weg Weil die brauchen wir eigentlich auch gerade nicht Ähm Colored Achja Müssen wir ja noch mitnehmen Ähm Wo ist sie Da Colored Und ich möchte Production Upgrades Weil davon haben wir keine mehr Ähm So Schönes Ding Light Blue haben wir gleich auch fertig Grafit kann da rein Das Ding kann auch da rein Weil die brauchen wir nicht Die Hade nicht Ähm Ja Passt Haben wir gleich auf jeden Fall Wieder zwei Farben fertig Oh Magnet Oh cool Hm Hehe Geil Ich habe Magnet Von Magic Bees Bekommen Sehr schön Sehr sehr schön Ja LWR wie gesagt Die dauert noch Einiges Die brauchen auch noch Wie Sau Weil ich da immer noch nicht weiß Wie Wir das hinkriegen sollen Ehrlich gesagt Warte Machen wir den Magnet aus So wir schmeißen jetzt einfach mal ein paar Bienen dahin Einfach mal ein paar Drohnen Soll aber tun Bitteschön Na doch die machen beide So Futter mal Und mal sehen ob wir das Vielleicht irgendwann mal hoch kriegen hier Ich glaube eher nicht Aber Naja Naja Ich glaube ehrlich gesagt Ist das irgendwie unmöglich Da Genug Mana zu kriegen Für so eine Biene Das ist echt der Shit Wie lange brauchst du eine kack Biene Ey Oder wie viel Mana braucht man Ey Wenn wirklich Wenn man wirklich einen halbvollen Mana Pool braucht Dann ist das ja Fast unmöglich Die richtigen Gene Da raus zu kriegen Da braucht man ja ewig dafür So Light Blue haben wir auch fertig Jetzt haben wir keinen Platz mehr Ist ärgerlich Das ist ärgerlich Die schwarze wird auch fertig Ne ist noch nicht fertig Gut Da ist auch immer Light Blue schon fertig Dann holen wir das Ding da rein So Und so Und so Und Collard Ist auch fertig So Schönes Ding Natürlich eine Apiary Denn da brauchen wir auf jeden Fall Noch einige von So Die Frage ist natürlich Was hau ich da rein Ich könnte natürlich Inva oder Ektrum Oder Kohle Könnte ich da theoretisch reinkloppen Kohle ist eigentlich auch Eine gute Sache Weil da brauchen wir Einige Auch einiges von Das können wir echt mal tun Dann haben wir da Eine Auto Upgrade Und Produktivitäts Upgrade Rein Upgrades Und dann mach mal So Du kannst wieder da Und dann nochmal Und dann reicht es nicht Zwei Stück fehlen Nehmen wir mal zwei Damit wir das leer kriegen Das Teil Und wir haben jetzt Grandios 21 Teile Wow Da können wir schon Drei Blöcke bauen Von der LVR Wir brauchen nur 27 Ist dabei gesagt So So Gut Lapis und so weiter Läuft Soul läuft auch noch Da dauert auch noch ein bisschen Bis wir das fertig haben Hier Lorium Kommt als nächstes dran Ich hab mir auch mal angeguckt Diese hier Da brauchen wir richtig viele Sachen Da brauchen wir richtig viel Kupfer und Zinn und so Und Boah ich weiß Ehrlich gesagt nicht Wie wir das machen sollen Oder wie wir das schaffen sollen Weil da brauchen wir richtig viel So Weil wir brauchen da Wir brauchen insgesamt 35 Farbenblöcke Und einer davon braucht mindestens zwei Kupfer Und ich glaube zwei irgendwelche Gears waren da noch Ich glaube jetzt Tin oder Kupfergears Weiß ich jetzt gar nicht Aber da ist einiges was da braucht Da werden wir auch lange für brauchen Definitiv So Elviary Problem ist Ein so ein Ding braucht glaube ich 500 Milliliter Das heißt fünf Honey Drops Braucht einer Meine ich Oder Genau Fünf Honey Drops braucht ein so ein Teil Obwohl Honey Drops jetzt nicht das Problem ist Den kriege ich aus fast allen Comps raus Das Zeug So Was haben wir hier noch Produktionsupgrade Sie können da wieder rein Wir haben ja noch so eine Komische Drohne Mach dich mal weg Da sind noch Livespawn Upgrades Drinnen Die lasse ich durchlaufen Weil von denen kriegen wir nämlich Seeds Von dem Von dem Weed da drin Ich frage mich gerade Warum da jetzt schon wieder Ach weil ich kein Auto da drin habe Die lasse ich mal lieber laufen Besser ist es Sechs haben wir erst Sechzehn brauchen wir So dann gucken wir mal Gelorium Gelorium Queen Da ist er Da brauchen wir Nuklear Ja da brauchst du nämlich die Nuklear für Die Scheiße Nuklear Da brauchst du nämlich auch die Rusty Und Unstable Wohl Unstable Haben wir nicht eine Unstable sogar Was haben wir noch hier überhaupt drin Frugal haben wir noch Sinister Attuned Mysterious Lime Ach hier sind die anderen noch Lime ist hier noch Cyan Supernatural Ne wir haben glaube ich keine mehr Ne Attuned Valiant Unstable Kriegen wir nicht Unstable War da nicht was Unvery Unusual war das Ups Okay Das wird jetzt übel Die zu kriegen Unstable kriegen wir Auster und Rocky Auster kriegen wir Modest und Frugal Oder Frugal und Modest Andersrum Können wir auch machen Frugal haben wir aber glaube ich Auch nicht mehr Genauso wie Modest Nicht mehr Also die Prinzessin nicht Ich kann zwar gucken Aber ich glaube nicht Sieht schlecht aus Sieht schlecht aus Und ich glaube Hier haben wir auch keine mehr Ne Da ist die Gruppe rum gewesen Aber ich habe die Drohne nicht mehr davon gehabt Genau So war das nämlich River Da müssen wir tatsächlich Noch eine Modest holen Modest oder Ja doch müssen wir Modest oder Frugal Frugal kriegen wir glaube ich Auch nicht Meine ich Weil Warte mal Modest und Frugal Habe ich gesagt Ne Frugal ist doch auch Eine gemachte Ne Frugal haben wir ja noch Für die Auster Ne Frugal Drohne haben wir ja Da sogar noch Da sind wir noch Honeycombs Wieder Für eine Modest Dankeschön Frugal hatten wir ja irgendwo Da Dann haben wir die Modest weg Die Drohne Dann haben wir ja Frugal und Modest rein Dann kriegen wir eine Auster Die müssen wir mit einer Rocky Dann kriegen wir Unstable Unstable Dann wieder mit irgendwas Dann kriegen wir die Nuklear raus Und dann müssen wir die Glittering Noch machen Das ist Also ich weiß Hier Lorium Die Biene Die ist extrem Kacke zu machen Das kann ich dir auf jeden Fall sagen Ähm Wir haben da falsches Ding ins Trinnen Und ich kann mir vorstellen Dass das warm sein muss Oder heiß Ne wir brauchen Kaktus Einfach Und Hot Hot Und Kaktus Okay Kaktus Haben wir überhaupt schon Kaktus Haben wir schon Kaktus Irgendwo Ich glaube nicht Hm Man muss sich gleich mal gucken Wie man Kaktus kriegt Das ist natürlich schlecht Kaktus Kaktus Seeds Poppy und Sugarcane Poppy Und Pumpkin Und Sugarcane Genau Ich muss jetzt Zeit Die Biene Ist aber schon Arsch Pumpkin Und Sugarcane Ach ja Wo ist mein Arzt da Pumpkin und Sugarcane Dann machen wir das doch mal eben So Nein Ähm Wir brauchen noch mehr Coops Dann natürlich So Na Zack So dann machen wir Pumpkin Natürlich Und los Groß werden Und dann machen wir Poppy Und dann Poppy und Sugarcane Gibt Kaktus Müsste Theoretisch Danke So Nicht Poppy Da sind sie direkt Sehr gut Dann kannst du weg Kannst du wieder gehen So Bitteschön So So Poppy Moment Wenn wir das doch Moment Wenn wir das doch so machen Wenn wir so Bienen können Dann können wir doch auch die Botania Pflanzen machen Oder gibt es sie hier nicht Muss ich gleich mal gucken Dann brauche ich doch gar nicht Da mit den Rooted anfangen Oder so ewig lang Mit dem Mit dem Mana Waren Da kann ich doch die Hier die anderen Blumen machen Dayblumen und sowas Hm Ach da brauche ich da Sand für Fähren wir gerade mal so ein Mal bitte das Ding an Danke Ich brauche doch Sand Hervon und zu Für Kaktus Wäre komisch wenn man das nicht brauchen würde So Sand Würde ich mal fast behaupten Aber da muss ich gleich mal nachgucken Ob die Seeds hier auch dran sind Von Botania Oh Wie jetzt toll Weed have spouted here Da sind doch Kaktus Sehr schön So wo war die Da ne Jetzt kommt noch das Problem Da muss ich mal eben So einmal Zweimal Fertig Reicht Und wieder hoch Zack Zack Und dann das Wasser wieder wegnehmen Natürlich Sand rein Kröbschen rein Kaktus rein Groß machen Natürlich So Dann haben wir natürlich das Problem noch mit der Wüste Genau da ist es nämlich Flowers haben wir gleich Sollte auf jeden Fall Sollte auf jeden Fall so funktionieren Sag mal so Genau Flowers Du hast wohl Kaktus hier Oder zählt er dir als Kaktus Ach da kriegt man nur Scheiß Green aus Slime Ball Hm Dann haben wir weiter Kriegen wir noch Kaktus Ja Bringen wir gerade sowieso nichts Weil ich da noch Den Update für haben muss Ähm Ja Gehen wir mal die Bäume erstmal wieder hacken Wir brauchen um die Toils Wie gesagt Ich wollte nochmal kurz gucken Wie ein Botania So Den Baum Auch noch wegholzen Hast du das war gerade das Geräusch von dem Magnet glaube ich So Ein Setzling hab ich Erst Ich brauch aber drei Freunde der Sonne Zwei Drei Sehr gut So Haben wir Ein bisschen Gehölz Ähm AgriCraft AgriCraft Doch die sind da tatsächlich bei Okay Orange Dandelion Sugarcane Und Melon Okay Sugarcane Und Melon Das geh ich hin Melonis Ähm Da Dann kurz Melonis anpflanzen Schau mal So Ähm Ich brauch mal kurz noch eine Kiste Da muss ich nämlich eine Doppelkiste hier mal eben hinschmeißen Für die AgriCraft Sachen Dann Weil mir dann sonst einfach zu viel ist So Seeds können da rein Pumpkin Äpfel Melon So Äh So So Dann machen wir die mal groß Dann machen wir uns Dandelion Dann machen wir uns schon mal die gelben Ähm Dingen Seeds Von Botania Weil so kriegen wir viel mehr Mana Da brauche ich doch gar kein Geschiss drum machen hier Um die scheiß Ähm Um die Kack Ähm Ja Drohnen da rein zu schmeißen Hallo Den Dandelion brauch ich Freunde Danke Genau diese brauche ich Ähm Melonen können wieder weg So Äh Den Dandelion hab ich Daisy mach ich mit Blue Orchid Da brauche ich Rot und Gelb Alles klar Rot und Gelb So Einmal Rot Einmal Jelb So Dann wollen wir dann auch mal wachsen lassen Dann machen wir mal blau Wird ja jetzt mal ein bisschen schnell Äh Länger die Folge Weil das Will ich jetzt schon mal fertig haben Die Gelbe Da muss ich tatsächlich dann noch ein Feld anlegen Hier Hm Den Dandelion Nein Auch nicht Immer noch nicht Immer noch nicht Das kann manchmal echt lange dauern Mit dem Mit dem kreuzen Wart Weeds Zieh dir einen mit Weeds Toll Mal Was ist denn los Jetzt Könntest du mal jetzt die Blue Orchid da machen Ich komme aus Versehen immer noch Scheiß Mausrad dran Hör mal Jetzt geht aber los hier Komm Ich will doch nur die Blue Orchid Das ist ja der Shit Das war doch so oder bin ich blöd Ich gucke jetzt nochmal nach Aber ich meine schon Blue Orchid Den Dandelion und Poppy Ja Passt Äh Es wird schon kommen Gleich habe ich alle Cropsticks weg Und immer noch nichts Ja die haben Eigelcraft ein bisschen auch verändert Weil die Das ist jetzt nicht mehr glaube ich So einfach mit dem kreuzen Will ich es mich jetzt verarschen Dann wird mir jetzt echt verkohlen hier Jetzt mach doch Ich kann doch noch zweimal Maximal Einmal So wenn ich das nicht schaffe dann Ja Bende ich die Folge Gut Dann würde ich sagen wie immer Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Lasst ein Kommentar da Ansonsten wieder einen schönen Tag Einen schönen Abend Wie auch immer Wir sind zum nächsten Mal bei einer Runde Be Happy Tschüssigen